Heute gibt es mal ein ganz spezielles Video und zwar habe ich mir Chris seine kostenlose 246 Euro am Tag Methode heruntergeladen und für euch auch einmal angeschaut. Und so viel kann ich euch schon mal verraten. Es gibt hier ein wirklich tolles Geschenk am Ende der Anleitung. Deswegen lohnt es sich gleich zweimal diese Anleitung herunterzuladen. Die 246 Euro am Tag Anleitung werde ich dir mal unten in die Beschreibung verlinken. Und wir schauen uns jetzt einmal gemeinsam an, was uns denn hier eigentlich erwartet. Und zwar spricht Chris erstmal hier über die 246 Euro am Tag Methode im ersten Schritt. Bei Punkt Nummer zwei und drei geht es dann auch schon direkt los mit der richtigen Nischen- und Produktsuche. Bei Schritt Nummer vier ist das dann wie folgt. Da lernt ihr dann nochmal, wie man hier ein kostenloses Produkt erstellt, um dann durch dieses Produkt hier Leads anzusammeln. Und dieses Freebie werdet ihr ganz ohne Vorkenntnisse lernen zu erstellen. Beim Punkt Nummer fünf geht es dann hier um die Landingpage von Chris. Und ich habe hier auch eine eigene Landingpage, wo ich ja hier meine Produkte dann dementsprechend verkaufe. Und auch hier über ein kostenloses Produkt Leads einsammeln. Und genauso macht das hier Chris auch mit seiner 246 Euro am Tag Methode. Das könnt ihr auch selber wie folgt hier umsetzen. Ich persönlich nutze dafür hier den Landingpage-Bilder Funnel Cockpit. Das könnt ihr euch sehr gerne einmal anschauen. Hier 14 Tage kostenlos testen. Ich werde euch Funnel Cockpit mal unten in die Beschreibung reinpacken. Für den Host der Seite verwende ich hier SiteGround. Das kostet euch gerade einmal 2,99 Euro im Monat. Werde ich euch auch mal unten in die Beschreibung reinpacken. Und wenn ihr dann so eine eigene Landingpage habt, könnt ihr nicht nur eure eigenen Produkte verkaufen, sondern ihr habt dadurch auch die Möglichkeit, dank E-Mail-Marketing Geld zu verdienen. Das heißt, ich kann dann andere Produkte, zum Beispiel Digistore24-Produkte, hier weiter empfehlen über E-Mail-Marketing. Und genau diese E-Mails, die sammle ich dann hier über meinen Freebie ein. Und da finde ich dann auf Digistore24 ganz viele verschiedene Produkte hier zum Thema Online-Geld verdienen. Also euer Freebie muss auch wirklich nicht total umfangreich sein. Es reicht auch einfach, ein Freebie zu erstellen mit 10, 15, vielleicht 20 Seiten. Das reicht komplett aus, um den perfekten Mehrwert zu liefern. Gut, dann schauen wir uns direkt einmal den nächsten Punkt an. Und zwar gibt es auch noch kostenlose Traffic-Strategien. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt eine eigene Landingpage aufbauen, weil es kostet natürlich auch alles ein bisschen Geld und Zeit, dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, hier drei kostenlose Traffic-Methoden zu sichern, um euch hier insgesamt über 150 Leads am Tag zu sichern. Und ihr müsst euch mal vorstellen, 150 Leads am Tag, was das für eine Nummer ist. Also damit könnt ihr wirklich locker easy eure 246 Euro am Tag erreichen, wenn ihr das mal wirklich über mehrere Wochen macht. Beim Schritt Nummer 10 geht es dann hier nochmal um die Conversion-Optimierung. Das ist speziell für Landingpages. Also da geht es darum, wie ihr eure Landingpage so optimiert, dass die Leute euer kostenloses Produkt auch wirklich runterladen, beziehungsweise eure Produkte kaufen. Das wird hier auch nochmal angesprochen. Und bei dem Punkt Nummer 11 geht es dann hier schlussendlich um die Skalierung, also wie man noch mehr Geld mit Affiliate-Marketing verdienen kann. Wie gesagt, die Anleitung ist völlig kostenlos für euch. Schaut sie euch sehr gerne mal an. Den Link dazu werde ich euch mal unten in die Videobeschreibung reinpacken. Folgt auch sehr, sehr gerne hier Chris Bönig seinem YouTube-Kanal, denn er ist hier nämlich auch tätig. Hat ganz viele tolle Videos hier zum Thema Affiliate-Marketing gemacht. Unter anderem auch hier zu Funnel Cockpit. Also falls ihr euch da noch nicht so sicher seid, wie kann man das denn alles einrichten, könnt ihr auch sehr gerne hier auf Chris seinem Kanal vorbeischauen, denn er hat auch Tutorials zum Thema Funnel Cockpit gemacht. Ihr könnt diese hier finden auf der Lupe. Da gebt ihr einfach mal hier Funnel Cockpit ein und dann findet ihr auch schon hier ganz viele verschiedene super Tutorials, wo das hier wirklich super easy für euch erklärt wird. Wenn du in Zukunft mehr Videos zum Thema Affiliate-Marketing von mir sehen möchtest, dann lass es mich doch gerne mit einem Daumen nach oben wissen und sonst findest du jetzt noch hier auf der Seite eine weitere Online-Geldverdien-Möglichkeit. Viel Erfolg beim Online-Geldverdienen und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal.